was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren fett denn feige von the last of us teil 2 so wir machen jetzt hier weiter müssen uns erst mal ein boot kreien munitionstechnisch sieht ja mal wieder richtig beschissen aus hoffe wir kommen nicht auf allzu viele gegner was muss ich da machen Okay. Auch so ein Yachthauber, ne? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu viel. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat seine Schwäche zu beliebt. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja. So. Da war auch noch was. Da auch. Wie ist ja auch noch was Schönes. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Lass uns draußen rumgehen. Ja, äh, haben wir auch gar keine andere Wahl, Abby. Klugschweißerin, lass uns außen rumgehen. Hier runter. Nachtülle de Mo. Mon ami. Wohin geht's? Ja, das ist doch schon mal was, wo der Papa sich überfreut. Ja, warte. Scheißsackers. Hm, okay. Stopp. Ich mach was. Natürlich. Abby, mach das schon. Wir kommen wieder. Komm. Okay. Die Boote sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Jo. Yara. Die Abby ist, ne? Hatte keiner gedacht vorher. Siehst du, das Ananas? Fanatisch, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, hier geht es weiter, muss man leider hoch. Oh, oh. Ich besorg ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. OMG. Willi, die Ballerei. Jetzt hat die Ballerei aufgehört. Was ist da los? Oh mein Gott. Ich schaff das, was ist da los? Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendero auf. Ich... Ich hab jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauch eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los. Unten bleiben. Oh, der war klapp. Oh? Oh. 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 Was ist denn der? Ich rück vor! Das wird's. Warte! Hallo! Vergiss die Straße! Shit! Okay. Was sollen wir machen? Los! Rein in die Garage! Wir nutzen das als Deckung! Bin direkt hinter dir! Los! Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los! Los! Fuck! Er ist gut! Oh mein Gott! Kann läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit! Okay. Okay. Okay, weiter geht's. Ich habe schon gerade was getestet. Many. Was zum Teufel macht der? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Jaja. Wir Medicine! Ich habe einfach nur die Brücke zu uns. Oh, super. Oh! 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 Oh, nicht mehr! Oh! 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 Naja, ist doch gut. Du bist der Beste. Ja! Joa, okay. Der Schaftest kann ich mal. Gerne haben, natürlich. Ja! Herr Wisch! Schambler! Ah! 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 Okay, das war legendär. Boah, dieser Scharfschütze, ne? Ich liebe ihn. Verdammt, nicht los! Ah! 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 Ey, was? Der soll mal seine Line chillen, was ist mit dem los? Warum macht er das denn? Was machen Sachen spielen? Was ist mit dem? So. Oh, verdammt! Nicht schon wieder! Ich schufe! Der Typ hört nicht auf! Ich weiß! Jetzt haben wir's aber! Ich weiß, dass ich das abgültere. Ich weiß, was ich hier nicht ausgültere? kann es kaum abwarten ihn zu kriegen das weiß das kann man wie vor ich skippte die Deckel Achso. Okay. Größer. Wir haben ihn. Na los. Den holen wir uns. Bist du okay? Nee. Eigentlich sind wir nicht okay. Many. Okay. Let's go. Scheiß Gott. Lass auf. Ah. 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 Oh mein Gott. Ah. 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 Ja. Ah. 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 Nice. Huh? What is that then? Hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht kann er dann nur noch rausgegangen sein. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja Tommy. So liebe Leute. Das war es auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ihr wisst wie es läuft. Ich bin sehr gespannt wie die nächste Folge wird. Und ja wenn es das ganze gefallen hat. Lass natürlich auch gerne eine Wörter nach. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.